heute was geht ab leute hong hier der wind ist richtig nervig ich hoffe das passt so aber heute ist donnerstag und die sieben feldforschungsaufträge okay und der hier auch habe ich erledigt die meisten die meisten haben es erledigt und es ist auch keine überraschung mir was kommt vor allem weil ich das video hier am freitag auflade aber es kommt ein lavados level 15 also IV ist erstmal richtig schlecht bei 1402 ist 100% der 1358 also komplett tot zweitens die grafik ist komplett tot also keine ahnung was da los ist aber kann nicht fliehen also kann nicht fliehen genau keine 100% fangen hatte weil er kann aus dem ball schlüpfen hüpfen aber er kann nicht fliehen ich frage jetzt mal ob ich ihn so fangen kann alter was für ein schmarrn mann was für ein schmarrn ich seh gar nichts ich seh den ball nicht mal alter schaut euch das an was ist das für ein schmarrn leider schlechter wie ab heute beginnt der stempel von 9 also das heißt morgen ok so läuft es nicht ich starte mal neu so ein scheiß so da sind wir wieder hoffentlich funktioniert jetzt ja jetzt sieht es schon besser aus er hat immer noch die berge von vorhin jetzt geht alles können gut ananas werfen wie gesagt er kann nicht fliehen habe ich so gehört also nicht dass er jetzt auf einmal fliegt ein bisschen höher muss ich werfen immer noch ein bisschen höher immer noch ein tic höher und ich glaube ein bisschen kleiner hätte er getroffen wäre es glaube ich nur great gewesen ja endlich keine zeit mehr keinen bock auf den fangtrick kein bock auf den wind kein bock auf goldene berge Gelbe Berge meinte ich jetzt. Kein Bock auf das Lavalos. Einfach gefangen jetzt. Und fertig. Mal schauen, was nächste Woche kommt. Weil jetzt ist es erstmal leer. Morgen gibt es wieder den ersten Stempel. Dann schauen wir mal. Ich nehme mal an, Arctos oder Zapdos. Und schreibt unten in die Kommentare, wie euer Lavalos war. Al wie. Und hattet ihr auch diesen Bug am Anfang. Das war ja richtig crazy. Ansonsten das war's von mir. Wir mal liken, subscribe und kommentieren. Checkt die Ahnung, wie es so ab. Wir packen auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht. Fokus ist jetzt ein Business. Muss jetzt gehen. Der Wind ist zu hart.